Aber was noch viel unheimlicher ist, ist das, was gerade in Dresden passiert. Meine Tante Martina war letzte Woche zu Besuch und die hat erzählt, dort gehen die Menschen nicht einfach so auf die Straße, sondern dort werden die flakiert von Soldaten mit ihren Waffen. Kannst du dir vorstellen, wie krass das ist, wenn die, die uns eigentlich beschützen sollen, dort links und rechts stehen und man überhaupt nicht weiß, ob man den Armen friedlich übersteht? Aber Doreen, wofür genau geht ihr denn auf die Straße? Ich meine, bei uns geht es auch seit Jahren irgendwelche Demonstrationen gegen den NATO-Doppelbeschluss, gegen die Atomkraft für Umweltschutz, für Frieden. Bei uns geht es um eine grundsätzliche Veränderung des politischen Systems. Es geht um Meinungsfreiheit, um Versammlungsfreiheit, um freie demokratische Wahlen. Darum, dass man sich von seinem Geld nochmal wieder gescheite Produkte kaufen kann. Und natürlich geht es auch um Reisefreiheit. Ihr seid so verdammt mutig.